Die Top 5 Produkte für den Haushalt, der 20 Liter Mülltrenner, TreadEimer. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Roto Passo Mülleimer. Der Deckel schließt fest und verhindert Gerüche im ganzen Raum. Der Kunststoff, PP, ist langlebig und frei von BPA. Die rote Farbe ist sehr modern und passt perfekt zu meiner Küche. Der 20 Liter Fassungsvermögen ist ausreichend für den täglichen Gebrauch. Dank der kompakten Größe kann ich den Mülleimer auch unter der Spüle aufbewahren. Insgesamt ist es ein großartiges Produkt, das ich gerne weiterempfehle. Ich habe mir den Roto Passo Mülleimer in Silbermetallic mit einem Fassungsvolumen von 20 Litern gekauft und bin begeistert. Das Material ist BPA-frei und besteht aus Kunststoff, PP, was für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Der Deckel verschließt den Mülleimer gut und verhindert unangenehme Gerüche. Die Größe ist optimal für meine Küche und das schlichte Design fügt sich perfekt in mein Interieur ein. Insgesamt eine klare Kaufempfehlung für alle, die auf der Suche nach einem praktischen und stylischen Müllbehälter sind. Ich habe kürzlich den Amazon Basics Mülleimer mit Stahlleistenpedal in der Farbe Nickel gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Der rechteckige Eimer hat ein modernes und schönes Design, das perfekt zu unserer Küche passt. Außerdem ist er groß genug, 20 Liter, um unseren Müll für ein paar Tage aufzunehmen. Das Stahlleistenpedal bietet eine sanfte Schließung des Deckels und verhindert unangenehme Gerüche im Raum. Der Mülleimer besteht aus robustem, langlebigem Material. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich gerne weiterempfehle. Ich bin sehr zufrieden mit dem Venco Küchenabfalleimer Lehmann. Die 20 Liter bieten ausreichend Platz für meinen Haushalt. Besonders praktisch ist die Thread-Funktion, die ein einfaches und hygienisches Öffnen ermöglicht. Auch die Absenkautomatik ist sehr hilfreich und vermeidet jeglichen Lärm beim Schließen des Eimers. Der herausnehmbare Einsatz erleichtert die Reinigung und sorgt dafür, dass der Mülleimer stets sauber bleibt. Das lackierte Stahlmaterial ist sehr robust und beständig. Insgesamt ein sehr empfehlenswertes Produkt. Ich benutze den Amazon Basics Mülleimer seit einigen Wochen und bin sehr zufrieden damit. Der Mülleimer hat eine schöne satinierte Nickeloberfläche, die sehr elegant aussieht und zu jeder Kücheneinrichtung passt. Der sanfte Schließmechanismus sorgt dafür, dass der Deckel geräuschlos schließt und keine unangenehmen Gerüche entweichen können. Mit seinem Fassungsvermögen von 12 Litern ist er perfekt für den täglichen Gebrauch geeignet. Der Eimer ist leicht zu reinigen und dank seiner Größe kann er problemlos in jeder Ecke verstaut werden. Ich kann ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Wir sehen uns im nächsten Video.